So, hallo! Einen schönen, wunderschönen, guten nächsten Tag. Es ist mittlerweile schon nach dem Mittag hier. Es hat etwas mehr geschneit. Hier sieht man, dass die Tannen auch schon weißen, nur ein bisschen weißen Saum haben. Und hier im Vordergrund befindet sich das Haus, das Gästehaus, welches noch nicht ganz fertiggestellt ist. Innen muss dann noch viel gemacht werden. Und ich finde, das passt ganz sehr gut mit der grauen Farbe, dem grauen Himmel und dem auch sonst relativ weißen, schwarzen, grauen mäßigen hier. Der Schnee und die verrägte Kraft. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, ich gehe jetzt irgendwie nach dem Vordergrund noch mal und gucke mal, wie das Dorf von dort hinten aussieht, wenn es Schnee bedeckt ist. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen. Ich glaube, ich wollte... Das Dorf... So kann ich nicht mehr... Äh, nee, ich meine Simonka. Äh, und hier, man erkennt es wahrscheinlich jetzt ganz gut, und hier findet sich... Monino. Das kleine russische Dörrchen. Ja. Alles klar, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Ein kleiner Ausflug. Ähm, und bis zum nächsten Video. So, ich stehe jetzt am See, Monino. Das Video ist doch noch nicht vorbei. Äh... Hier sieht man, dass es schon ein bisschen Eis da ist. Es soll übrigens morgen wieder über 0 Grad werden. Äh, das heißt, es wird hier wahrscheinlich nochmal alles wegtauen. Genau. Ja, hier, grauer Himmel. Eigentlich auch grauer See. Ja, alles klar. Tschüss.